Hallö, hallö, meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. So, in der letzten Folge sind wir ja nach dieser schönen Bustour mit Zebratours ein bisschen hängen geblieben an einem Mast, an einem Schild, an einem Zebra-Bustours-Schild. Ja, alle Insassen wurden leider von Zebras gefressen. Naja, ich hab's ihnen ja gesagt. Bis auf den Fahrer, der hat sich glücklicherweise in einem Bunker retten können. So, danach war er dann im Schnee, Freeze und hatte epileptische Anfälle, ist daran dann gestorben. Das ist sehr schade, aber kann passieren. So, was haben wir denn hier noch Feines? Grid Map, das ist die normale Grid Map, ne? Das Küste USA, so eine schöne Map. Fahrsicherheitszentrum, der Endless Tunnel, Car Jump Arena. Bonneville, Zedflats. BIHS, Crash Test Hall. Avius, Eisel. Eile, Eile, Eile. Ich glaube, die ist auch nicht richtig. Die funktioniert, glaube ich, nicht richtig. Automation, Test Track. Ach, da ist dieser... Dieser... Dingens da. Dieser... Hier, wie nennt sich das? Highway. Dam, da 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 dam ist da. Was war Deadfall? Full Release. Ich muss mal in Deadfall reingucken. Ich weiß nicht mehr genau, was war das? War das da, wo man gleich von Anfang an durch die Map gefallen ist? Kann das sein? Deinem Auto kann nach einer sehr langen Fahrt der Sprit ausgehen. So, pass mal auf. Stopp. Zurück. Stopp. Komm mal hier. Oh. Huch. Okay. So, wir machen mal so. Oh. Beruhig dich. Alles gut. Okay. Das war jetzt ziemlich crazy. Da ist der Startpunkt falsch gesetzt. Kann das sein? Auto, beruhig dich. Schluss damit. Ich gehe mal da nach oben. Was zum Henker? Okay, ich glaube, ich glaube, das hier ist eine gute Stelle. Wenn das Auto endlich aufhört, Ball zu spielen. So, und da setzen wir es jetzt zurück. Und da setzen wir es jetzt zurück. Aber am besten richtig rum. Das versuchen wir noch mal. So. Komm. Komm. Und dann setzen wir es hier zurück. Und es ist sogar richtig rum. Sehr schön. gut. Gut. Und jetzt ist die Anfangsposition gespeichert. Und hier geht es ja jetzt eigentlich irgendwo runter, oder? Oder wie war ich? Wie war das? Ach ja, man muss ein bisschen schauen. Wer hat diese Map gemacht? Die ist ein bisschen, die ist ein bisschen komisch, die Map. Okay, also hier geht es schon mal runter. Das ist schon mal nicht schlecht. Mit einem üblen. Stopp. Mit einem üblen Dingens da. Halt. Handbremse. Mit einem üblen Abgrund. Gut, dann düsen wir hier mal runter. Mal schauen, wo es hingeht. Wow, das nennt man hier eine Beschleunigung. Oh, und das nennt man hier eine Wand. Ich dachte, das wäre so ein Sprungding. Schade. Ich muss mal. Mal schnell schauen hier. Ah, okay. Ich habe natürlich genau die Wand erwischt. Hier ist ein Sprungding. Hier ist noch ein Sprungding. Und hier ist ein sehr enger Weg. Das funktioniert so nicht. Oh, Moment. Wir sind ein sehr kleines Auto. Alter. So klein. Kann ich eigentlich auch jetzt so? Okay, das geht auch. Sehr gut. Gut, dann fahren wir doch mal diesen kleinen Weg da runter. Ja, vielleicht nicht ganz so schnell. So, wo geht es? Hier runter geht es hier runter. Hallo. Ja, hier geht es runter. Sehr gut. Mal schauen, wo uns dieser Weg so hinführt. Oh, wir sind sehr schnell. 300. 320. Oh. Oh. Und was ist das da unten denn? Verrückt. Und noch verrückter. Und der unendliche Tod. Gut. Ich möchte mal schauen, da drüben. Hier ging es auch nochmal runter, ne? Vor allem die Textur, ne? Das ist ja... Hier haben wir auch einen schönen großen Sprung. So. Einmal schön Vollgas. Okay, wir hüpfen. Und wir fliegen. Oh, schön. Fliegen wir in dieses Ding da rein? Oder wo fliegen wir hin? Einfach wieder aus der Karte raus wahrscheinlich. Oder mit viel Glück. Nein. Wir klatschen hier hin. Und rutschen sogar ins Wasser runter. Gut, die Karte ist irgendwie... Bäh. Nee. Nee. Nur wirklich nicht. Okay, ähm... Was könnten wir denn machen? Endlich halb... Oh, ein bisschen im Winter. Komm, wir fahren im Winter. Oh, ja. Draußen ist es ja jetzt auch langsam schön winterlich. Du kannst Teile vom Auto greifen, indem du Fragezeichen hältst. Und mit der Maus ziehst. Fragezeichen? Ich würde sagen, dass sich erst der G. Oh. Da ist hierzu gerade die Musik angehalten. Ich höre irgendwas. Oh, das war aber gerade sehr, sehr glatt. Was flackert denn da? Oh, das ist auch eine schöne Textur hier. Okay. Schön, dass die sich auch mitdreht. Interessant. Und was rauscht hier so? Gehe ich mal lieber rein. Da drin rauscht es nicht so. So, wie konnte ich nochmal... Ah, so. So ist das schöner. Hier haben wir jetzt auch das Navi an Bord. Von dem ich vor ein paar Folgen mal geredet habe. Hab... Ist das hier irgendwie? Ist das... Was passiert hier? So, ist die Straße denn glatt? Kann das sein? Ja, hier ist irgendwie... Ja, hier ist irgendwie... Ja, die... Oder beziehungsweise ich glaube, hier ist die Straße sehr... Sehr... Sehr wellig. Aber egal. Wir beschleunigen. Auf 200. Und dann wieder bremsen. Am Baum. Ich bremse gern am Baum. Okay, das... Moment, ich will mal was probieren. Wir gehen mal auf unseren Endless Highway. Wo ist er hier? Ist er der Endless Highway? Ja, so. Was hat denn diese Karre eigentlich für eine Höchstgeschwindigkeit? Haben wir das schon mal getestet? So, wir beschleunigen hoch. 250. Ach so, ja. Das haben wir ja schon getestet. So, dann fliegen wir doch mal da drüber. Oh, schön. Ich fliege. Oh, mir wird gleich schlecht. Darf ich auch wieder landen? Oh, ich fliege immer noch. Oh, ich lande. Autsch. Mein Kopf tut weh. Okay. Von drin ist es irgendwie nicht so spektakulär. Und das sieht crazy aus. Armin. Äh, alt. Was hat denn der im Kofferraum? Oh, wir haben die Karre noch gar nie zerlegt. Ich muss die Karre, muss ich mal zerlegen. So. Pass mal auf. Zack. Oh, dann haben wir hier das da. Oh, jetzt habe ich es aufs Dach geschmissen. Dann haben wir hier die Motorhaube. Zack. Und tschüss. Oh, da fliegt sie aber weit weg. So, was haben wir denn alles hier? Was ist das da für ein Glaskasten? Das war die ganze Heckklappe. Oh, die Tür raus. Tür weg. So. Und diese Tür auch. Ey. Bleibst du weg? So. Tür auch weg. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Nehmen wir mal ein bisschen langsamer. So, lalalalalala. Was ist denn das hier? Unter diesem gläsernen Kasten? Das will ich gerne mal wissen. Ah, schön hier mit Mittelarmlehne und so. Schönes Auto. Aber diese Felgen, die sind mal übel hässlich. Haben wir nicht andere Felgen genommen? Wir haben doch andere Felgen genommen. Und hier einen Frunk. Ein Front-Trunk. Und irgendein Steuergerät. Und hier ist die Batterie. Die 12 Volt Batterie. Die alles andere versorgt. So, was ist das da? Oh, das ist am Fahrzeug fest. Hä? Hä? Ach, das ist Glas. Aha. Das ist auch nochmal irgendein. Ah, und hier sind die Federn. Ah, ja. Interessant. So, was ist, wenn ich jetzt... So. Und dann... So. Hui. Ah, ich bin zu langsam. Ich glaube, ich muss schneller. Ich lass mal los. Oh, beide Räder abgefallen. Was? Federbein. Federbein. Oh, und die Bremsscheibe ist auch irgendwie anders. Lustig. Lustig. So, pass mal auf. Orbit. Nein, wir brauchen die hier. Und wir machen das hier mal ganz, ganz doll schnell. So. Und dann versuchen wir mal, das da rauszuziehen. So. Was denn jetzt? Ach, das ist diese Heckklappe. Ich habe jetzt quasi nur die Heckklappe rausgerupft. Ich wollte aber doch dieses Teil haben. Ach, da ist sie auch schon wieder. Da ist sie gerade eben wieder runtergekommen. Äh, äh. Zu schnell. So. Da, dieses hier. Möchte ich haben. Und. Da kommt das ganze Auto geflogen. Oh, ist irgendwo oben hingeknallt. Wo ist es denn? Ach, hier ist es ja. So schmettert man ein Fahrzeug auf den Boden. Das ist verrückt. So. Was können wir denn Lustiges machen? Oh, da fällt mir was ein. Da fällt mir was ein. La, la, la. Das hier machen wir erstmal wieder. Kameraspeed wieder zurück auf 10. Das ist nicht unsere. Moment mal. Meiner. Was ist der denn? Load. Hier. Loader. Hä? Load previous saved vehicle. Moment mal. Load default. Das ist irgendeins. Ich will gern mein Fahrzeug wieder haben. Show filters. Das. Fuel type. Gasoline. Diesel. No battery. Die sind alle nicht angegeben. Deswegen werden die mit angezeigt. Okay, gut. Interessant. Nein, äh. Wo kann ich mein Fahrzeug? Tesla kann ich laden? Tut der eigentlich? Ähm. Was ist das denn? Was denn dafür? Hä? Der tat, der tat doch nicht, oder? Oh doch, der tut. Okay. Also der hier tut schon mal. Der ist nur sehr langsam. Hm. Da will ich jetzt mal ausprobieren. Was ist denn dann das hier? Oh, oh. Uiuiui. Oh, holla, die Waldfee. Aber immer noch genauso langsam. Aber der sieht mal schick aus. Aber den, den haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Der sieht echt schick aus. Oh, richtig schön verspeilert. Was läuft der? Läuft der auch 2,50? Mal rausfinden eben. Denn der Hirochi wird ja bei 254 oder 51 weiß ich nicht mehr genau, wurde der ja elektronisch abgeriegelt. Der läuft 2,60. 2,70. 2,80. 2,90. 2,90. 2,90. So. Was passiert, wenn man bei 2,90 mal eben den Reifen entfernt? Das war was anderes. Das sind die Räder. Bleiben die Räder nicht? Ah, doch. Jetzt. Noch ganz schön schnell. Dafür, dass das Rad nur noch an irgendwelchen Eingeweiden hängt, ja, hat er sich ganz gut gefangen. Interessant. Bremsen kann er noch? Ja, Bremsen kann er noch. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause, sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder ist. Time to play hier bei BeamNG Drive und dann gucken wir mal, was der Tesla, was die anderen Teslas noch so können. Bis dahin. Macht's mir gut. Tschüss.